Willkommen zurück zum Let's Play Super Mario Galaxy 2 und wir sind wieder mit Luigi am Start und haben das letzte mal mit Luigi so richtig mal alles abgerockt in den Bienengalaxie in den Honigspielengalaxie genau jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen und es geht weiter mit dem Grünstern immer noch und der erste sieht man hier unten gleich bei der Röhre und ich glaube ah genau das war der erste dachte schon Otto Ford wüsste was andere dann hatte ich ja eigentlich eher in Erinnerung und bekomme ich nicht so nein ging nicht so gut aber zum Glück kann Luigi so hoch springen mit Mario wäre das bestimmte Katastrophe gewesen ok 1 2 3 und fliegen fast aber es geht eigentlich fast nur so gut dann geh noch mal hoch bitte so dann drehe ich mich bauen und wir haben genau anscheinend kann man das nur mit Luigi weil ich glaube Mario kann nicht so hoch springen nicht wahr da bin ich ein bisschen unsicher aber der Stern ist ziemlich schnell gegangen und bei 79 nicht wundern warum ich keine Sternteile habe ich habe alle schon ins Inventar gelagert dann stell dich das mal vor du Supermassive Galaxy heißt auf Englisch was so viel heißt wie GIGA GUMMA Galaxy glaube ich hoffe es mal zumindest genau hier haben wir wieder unser Detektor Detektor Starman und der zweite ist es noch einfacher zu holen glaube ich weil der erste war ein bisschen kompliziert und so ich glaube der zweite sollte ein bisschen chilliger gehen aber ich könnte mich auch wieder mal täuschen ach schlösschen ich hätte wissen müssen warum ich brauch Sternteile weil ich für mich 10.000 Stunden noch damit verbringen das Endlevel freizuschalten indem ich so lange dran hock bis ich die 9999 habe weil das dauert sonst wirkt und ich sollte oder müsste mich einfach nur fallen lassen habe ich so das gefühl da dann sollte ich das hoch schon hinkriegen und das ist nicht gerade welches war jetzt weiß ich einfach die Entfernung nicht probiert aber mal so aber warte mal der aktiviere ich lieber noch die Fahne falls was schief gehen würde ja war besser das war ein bisschen dumm von mir aber wenigstens habe ich sie zu haus wie es machen sollte aber auch fast wäre ich wieder gelb im obergegangen und ob das ging auch nicht das mit teufel ich bin fertig mit dem fels es gab es nur in diese politik ich mache es jetzt nur noch so und dann ok ich weiß ich habe ich den berührt habe aber anscheinend schon und warum kein luigi einfach nicht schweben ich meine er hat eine sterne in der hand und mit dem kann er schweben und du bist du solltest das oder dich können das gibt keinen sinn ja so genau habt ihr schon ausgerechnet wie viele drei viertel von 3 240 waren das habe ich euch gestellt gefragt und ich möchte eine antwort immer noch musste da mal nicht komisch schauen aber ich glaube es hat noch niemand das richtig oder überhaupt geschrieben gibt es ja gar nicht letzter stern in dieser galaxie befindet sich wo war der genau bei dem planeten mit den drei coopers riesen coopers da war so auf einem drauf und den mussten wir als trampolin benutzen kacke den stehen haben wir weiter oben sei vorsichtig sei verland doch noch vorsichtig sind es bekommt so weil wir taką herrn auf simpon im lbach die an sprach auf dem 떡onzั้nen jetzt verhandlung merkelung strukturvoraus organisator vorne immer wieder los genau man muss es einfach nur hier hinstellen wenn du das hier machen und dann ja sterben fast sterben nein alter ich möchte jetzt nicht tot sein von den alternativen so wenigstens habe ich das auch eine münze naja genau ich bin so ein pfosten dann schnell laufen damit wir noch auf den rücken gehen können ich glaube an das alter ich kann es noch so probieren okay das geht ich habe mich ein bisschen blöd angestellt ich hätte die gar nicht umbringen müssen eigentlich aber es war ein bisschen zu riskant nur mit einem leben da so herum zu eiern dann lachte ich mir so ah ja du bist einfach mal das machst du ja jeden tag gegner töten machst du gerne das gibt es und dann werden wir schon in der flip galaxy angelangt weil sie kann nicht auf deutsch und hier geht es auch wieder ab wie gestört und wo hier die grün stelle sind vor das müssen mich gar nicht fragen das weiß ich so nicht mehr aber auf dem dach habe ich ein gesehen und hier ist auch schon einer da würde ich jetzt mal schauen dass sie abgeht und ich glaube meint zu können dass man hier einfach so dass wir machen kann hier so ein wall jump hinlegen dann ist man oben ja das ging so es ist wirklich schwer alter aber noch mal so kommt man hoch du bringst mich einfach zu kochen okay dann mache ich es wie ein normaler mensch ich bin einfach durch ups aber ich komme hoch ich weiß es ja fick dich doch alter nicht ganz weißt du was ich muss einfach mal so aber bitte sag mir nicht das was ich jetzt denke bitte sag's mir nicht zum teufel nochmal ich habe einfach wieder mal unnötig sachen ausprobiert aber es war doch logisch aber ich schicke das zu beginn einfach nie und mache deswegen das einfach wieso weiß ich auch nicht aber ja sternteile haben wir keine gesammelt aber münzen das finde ich blöd das finde ich wirklich kacke okay ja da haben wir unser grad der zweite und dritte wo die sein könnten i don't know mir sprich zu kommen wir bleiben immer noch konstant auf fünf fliegen das finde ich doch nett anzuschauen einmal sind wir der moore gegangen wirklich schade hätte ich nicht gedacht von mir es war wirklich ergreifend dieser moment und ich mache jetzt einfach mal weil ich das kann wochen soll das nicht gehen das bringt mir das schon wieder sie ist ja möglich ok ist ein schneller wenn es doch geil und löst die post hier oben und nie war das dass es sich jetzt gemeint habe war das der ort ja klar das war das hier was so crazy shit war der war einfach so genau ich bin verwirrt aber wir haben einen stern das ist das wichtigste und viele sind es ja auch nicht mehr das ist die dritte oder die vierte das hat vierte ich war ja ich will es jetzt gleich sehen ja das ist die vierte wir haben nicht mehr so so viel wie ich gedacht habe ich würde jetzt maximal 55 parts aber das kann sich immer wieder schnell ändern 50 werden bisschen wenig glaube ich bin ein bisschen am zweifeln aber mal schauen wie ich mich anstellen werde 55 wer mich dadurch natürlich mal behaupten die meisten haben ja 60 65 sogar kann ich eigentlich nicht verstehen das spiel ist eigentlich scheiße nicht so schwierig wollte ich jetzt sagen aber wenn ich so mach dann ist schwierig komm ich hab's vorhin auch geschafft das war schon der nächste ok last versuch und dann mache ich halt normalen bild wenn ich nicht mehr darauf so geht doch was war nur los du öffnest dich ich gehe durch macht stampfattacke ich bin mit stern rein und kann nur hoffen dass die dritte grünsterne nicht so alter so wie sieht luigi dass die künfte jetzt ein bisschen einfacher werden aber auch mein gott und raus eigentlich wirst du tot aber du denkst dich bestimmt nicht doch nicht mit luigi mein ja was für ein assi naja hier hole ich mich noch stellen dann auch weil die kräfte die gibt es zwischen kathes und ich glaube das gibt es aber nur drei oder vier mal schade nicht immer zwar ich aber noch mal okay jetzt geben sie keine mehr dann weiter und hier war einer nein jetzt gar nichts sicher hier hätte ich es eigentlich nur gemacht aber okay ein bisschen cheater ne so ein kleines bisschen und hier auch wieder aufpassen dass ich mich nicht nicht von den stacheln treffen lasse hier vor allem ich muss wahrscheinlich so hier durch ich habe nur eine chance mein junge das muss stimmen ein millimeter millimeter war das fucking millimeter also viel hat er wirklich nicht gefüllt könnte mir jetzt gar nichts sagen und du stellte halt machst auch mal den bogen so weil du es kannst okay aber jetzt weiß ich dass ich ein bisschen präziser sein muss viel präziser wer ist auch zur seite wahrscheinlich so jetzt das passt doch ich hätte mich schon wieder im himmel oben gesehen bei gott oben aber zum glück ist es nicht passiert und ich denke jo wir werden noch ein beginn wir haben noch zeit oder besser gesagt ich mache die parts doch wieder länger es geht jetzt alles perfekt mit dem mp4 und so da kann ich mich jetzt nicht beschweren ihr könnt in die kombi schreiben hier die grafik findet ich denke full hd ist sicher nicht nötig und hd reicht schon und ich habe so das gefühl dass meine videos nicht mehr legen oder nur noch ein winziges bisschen und das finde ich doch wirklich hammer weil das war so ätzende das ganze ganze zeit hattest du gelegt das war einfach deprimierende habe ich krank gemacht nein ein bisschen arschloch wusstest du das ich mag dich nicht wichtig noch mal noch mal und einen langen jumping ding und dann haben wir den auch gut diese welt mag ich eher nicht so darum mache ich die jetzt die glitzer strandgalaxie mag ich ein bisschen mehr weil es ein bisschen mehr freude bereitet irgendwie kann ich nicht so genau sagen aber das ist düster wie ein boss ist kassel und deswegen mache ich das jetzt noch jumpers galaxy genau ich mag die ketten und eh nicht so aber man kann ja nicht immer alles auf dem tisch serviert kriegen augen offen halten sein könnte er da ist kaum wohl einer was ist dort bei dem wie und so okay den hebel müssen wir aktivieren sonst kommen wir nicht weit ok schön mit anzusehen und gibt sich stellen teile sagt ja komm schon ich traut die achtung gewerfe ich weiß wie wäre es ja manchen okay ich frage gar nicht ich frage wirklich nicht nur ich glaube ich weiß ja du kommst alter auf einmal ist es da wunderschön ist auf einmal um ein letztes leben jesus christ ok ein bisschen aufpassen hier das musste dann gucken auf einmal zum märchen attack da und ich glaube ich höre was alter alter ich kann mich nicht umschauen das wissen du von dem ich muss jetzt noch mal ein bisschen hinhören deswegen sorry ich habe keine ahnung wo der ist was ich gesagt noch ein leben ist im teufel das spurwässler aber ja ich guck jetzt extra machen aber das wirklich nichts sonst weiß ich auch nicht aha ok das war mies das mache ich wieder von der kacke das muss ich gar nicht machen ich muss ja nur hier hoch ok hier gibt es geliebten stellen hallo nicht geil ok ja 1 wir haben es geschafft ja das war doch ein einfach nur blöd weil ich habe wirklich was gehört ich dachte wirklich der werde dort hinten aber da hat sich festgestellt dass er auf dem dach von das ist super und wir beenden diesen part nicht ich mache noch den letzten wenn wir schon dabei sind dann hätten wir diese galaxie auch und ich möchte die im nächsten level wirklich ungern betreten nochmal und dann wird es zum boss auch gehen zum bowser aber vorerst müssen wir den stern und die andere shows noch erledigen oh mein gott okay den muss ich anscheinend ich komme mir vor mit dem deb mit dem und abschluss okay hier kann ich durch flaschen okay das war knapp wasser übelst knapp das muss ich aber warten aber mein arsch hehehehe pass auf du okay ich habe ihn gerührt lol aber was dem teufel hier ist er warum hat er mich nicht getroffen epic moment jetzt aber komm ja scheiße nein ich hasse das ich hasse das ja stürze ich in den tod alter alter ich war drauf alter ja springen wie wäre es damit alter ich drücke wie ein penner aber lucia denkt sich immer nein du kannst warum kann ich mich hier nicht treffen lassen alter nein nein lol 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 okay warte mal ich muss besser time man alter die ganze kacke nochmal nein oder ich muss so die kacke machen gibt es ja gar nicht ich hatte das so ey das ist einfach nicht ich fand den sprung federn das kann nicht so am allerwertsten aber okay wir haben neun sterne heute in diesem part gesammelt bin ich doch froh schreiben heute den 30 wuuhu alles äh er ist august ich weiß und wir werden den nächsten paar wiedersehen wenn er so ist nuciper galaxy 2 ja nuciper galaxy 2 genau ciao